so da sind wir da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen was wir haben doch da ja machen wir ja aber okay diese orks spielen offenbar gerne krieg mal sehen wie sie sich in der schlacht bewähren AHA so ich brauche jetzt erstmal ein paar Informationen weil das hier ist wohl ein neues Gebiet ich kann nicht fassen dass brüß ich kann nicht fassen dass brüß ja wenn ich den großen türen so i'm a do ach du scheiße wenn ihr aggarnix ich glaube ich brauche Milch doch ja 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 die auch gut ich meine hier aber direkt den nächsten wo im 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 da ok der gehört zudem die amperlich übergegen ok ja nicht Finger weg. Aua. Okay, da sind noch mehr Würmer. Her damit! Danke, jetzt entdecken wir erstmal die halbe Karte auf. Der ist mit dem verbunden. Anfällig für Hinrichtung. Der sieht aber asiatisch aus. So, der eine läuft ja gerade weg, ne? Komm mal her! Der sieht auch asiatisch aus. Was ist denn los hier? Äh, der ist mit dem verbunden. Anfällig für Schleichen. Sind hier noch welche? Ja, da hinten. Haha. Ich kriege nicht alle. Äh, warte mal. Der ist mit dem verbunden. Äh, warte Angst. Alter, Schwede, sind hier viele! Ich sag dir, ich kann die ganze Karte aufdecken hier. Viel Furcht vor Gift. Äh, Gift hab ich ja nicht. So, oh, Moment. Da ist direkt... Ja, nächster! Ich schaue das Schleich, Freyand! Haltet ihr mir vom Lein! Ja, ich schaue das für dich! Äh... 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 Äh, läuft ja weg! Danke! Danke! Lauf doch nicht weg, Mann! Äh... Furcht vor Feuer! 28! Sag mal, habt ihr einen Arsch auf? Bin ich denn hier gelandet? Alter! Woop, 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 woop! Äh, 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 äh! Oh! Furcht! Oops! Ey! Alter, genau. Hier sind ja richtig fette Leute. Ach du Scheiße. Dir fehlt ein Auge. Ja, verfolg dich nicht nur. Ich hab dich. Alter, Felle. Okay, äh. Ich glaub wir sollten erstmal den machen, oder? Wie viel? Wow. Äh. 1, 2, 3, 4. 5. Okay, wir machen erstmal den. Das heißt, der hat den da noch. Kommt, voll die Verfolgung sagt hier. Oh, will noch jemand? Nein. Kannst du jetzt verdurften, oder? Heutzimmern bis hin. Okay, dann gehen wir mal zu der Story. Okay, dann gehen wir mal zu. Hey. Ich steh den Waldlaufer. Genau. Ja. Ja. Ja, hier ist, äh, Dala. Aha. Yo, people was get up. Hey. Ich will die Story machen! Nein! Die Bleich heute Abend immer einen Plan. Die übrigen Gondoraner müssen aus Mordor fliehen. Chausen! Oh oh! Bleib von diesem Feuer weg! Du spielst das schon in deinen Adern! Du! Wir werden! Leider! Schreien! Du gehörst mir! Du gehörst mir! Du kämpfst für den Hellenbrancher! Ja! Ich dienen, oh dir, oh dir! Du gehörst mir! Kaboow! Du gehörst mir! Dass du jemanden willst... Du gehörst mir in den Reinki ... Und du zu einer? Ich bin unser Tor! Du gehörst mir! 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 Ich bekle, oder? Das ist so viel zu! Du gehörst mir! Ich bekle, die Menschen zu den Zeigen! Leute? Auf jeden Fall? Oder war's? Ey, lasst mein Karagor. Saftsack. Ja, das war aber, wie geht's da? Ja, das war aber, wie geht's da? Ja, das war aber, wie geht's da? Viele Gondoraner starben beim Fall von Minas Ithil. Doch manche wurden von Sauros' Herr gefangen genommen. Finde heraus, wie es Idril und Baranol ging. Nein, nein. No? No. No. Ah. Langsam. Aranor. Du hast überlebt. Wie hast du mich gefunden? Das war leicht. Ich bin einfach nur der Spur aus Orgleichen gefolgt. Und Idril? Entkam sie aus Minasithil? Wir wurden überfallen. Ich verlor sie. Viele unserer Brüder wurden gefangen. Einige konnten sich verstecken. Saurons Armeen jagen uns noch immer. Idril weiß sich zu helfen. Doch in Mordor überlebt niemand lange. Es gibt einen Ausweg. Ich muss sie nur finden. Und die anderen Überlebenden. Wir müssen sie alle finden. Einige unserer Soldaten wurden in diesem Lager gesichtet. Obacht! Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Und was macht man, wenn man vorsichtig ist? Genau. Man greift von oben an. Und zwar im Sam-Fisher-Style. Was war das denn jetzt schon wieder? Warum explodiert da was? Kommt ihr auch hier hoch? Kommt ihr auch hier hoch? Mann, das wollte ich mal ganz cool sein. Mann, das wollte ich mal ganz cool sein. Jetzt mal ehrlich, was ist da explodiert bitte? Okay, den hol ich mir so. Und was ist das? Okay, den hol ich mal ganz cool sein. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Okay, den hol ich mal ganz cool sein. Ich bin so. Au. Mann, was zum Fick. Warum explodieren die? Jetzt mal echt, ey. Ah, der Linke ist markierend, aber der Rechte wird angelaufen. Was ist das? Da. Ey. Das gibt's nicht. Genug. Bitte. Bitte. Muss gerade mal was gucken. Ah, feuchter Knopf. Funkenbringer. Na los doch. Durchbruch mein Fleisch, meinen Willen brüßt doch nicht. Ja, das ist das Ding. Dass das Flammen wirft. Töte ein. Ach so. Äh. Machtzuwachs. Ja. Ja, ja. Warte mal. Mit dieser Waffe. Ja, schön. Aber was bringt die zum Explodieren? Waffe. Warte, was habe ich da jetzt drin? Den, das Juwel. 20 Prozent erhöhter Schaden. Ja. Erhöhter Schaden. War vom 8. Hä, Rüstung maximal. Oh, ja. Ja, das habe ich ja. Gefolgsleute erleiden weniger Schaden. Hauptmänner erhalten automatisch Strahlstufen, wenn sie rekrutieren. Oh, ja. Nehmen wir das. Aber was lässt die explodieren? Das nervt. Ach, hallo? Hallo. Nur schneiden. Alter. Ja, 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 ja. Lass mal durch. Alter, gehst du mal runter. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Danke, Weidläufer. Bitte. Alter, so geht das. Gesehen. Gesehen. Dankeschön. Genug. Bitte. Bitte. Du hast uns. Ja, woller da. Keine Gegner in der Nähe. Geht's dir gut? Ich muss mich ausruhen. Aber nicht zu lang. Wenn du Idril findest, flieht nach Westen. Fang dein neues Leben an. Das habe ich schon einmal. Ich stamme aus der Nähe von Umba. Ein Haradrim. Ziemlich weit weg von Minas Itil. Mein Orden sandte mich nach Gondor als Garantie für den Frieden. Doch die Haradrim hatten noch andere Feinde. Ich sollte zurückkehren, doch... Als ich zehn Jahre alt war, brach der Kontakt ab. Ich lebte ein gutes Leben in Minas Itil. Ich war angesehen. Und glücklich. Und dann fiel die Stadt. Dann fängst du nun nochmal von vorn an. Das werde ich aber nur... Gemeinsam mit Idril. Doch erst müssen wir sie finden. Und das werden wir. Die Uruks verwenden Soldaten als Köder. Die haben Glück. Konntest du viele deiner Brüder befreien? Nicht genug. In manchen Wochen verlieren wir so viele, wie wir retten. Befreie die Gondoraner. Das werden wir... Ich weiß nicht, warum wir diese Bleiche... Na komm, wo sind sie? Was auch sein mag, ich finde ich nicht so gespenst. Was auch immer noch... Ach, jetzt kommt's doch auf einmal. Ey, was zur Hölle? Das nervt tierisch, dieses Explodieren. Toll, ey, echt. Ist das ein Effekt von mir, oder was? Wo ist die Zambu? Schön, oder? Da krieg ich richtig Hunger. Bis sie sich ein... ...schleppen. Check. Null! Ich teute dich! Ich teute dich! Mann, 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 Mann. Echt? Äh... Waldläufer. Wir können nicht aufgeben. Einer. Bisschen Futter. Alleine Can durch Fernkampf, Hinrichtung und Feuer. Na dann. Mensch, Dreck. Hast du dich wirklich tapfer zu mir durchgekämpft? Tja, hier ist Schluss. Hier wirst du gleich sterben. Zehner bitte nicht. Ey, ich hab Y gedrückt. Nicht nur ein Dありang, wenn du das reizigst. Wir wollen dich nicht ab". Ich bin deinológiges Es ist vorbei, es ist vorbei Ja Bitteschön Endlich, ich hänge schon seit zwei Tagen hier Cool Komm ab Du hast es, wenn die jetzt explodieren Hab vielen Dank Hauptmann Baranur Kairos, hast du die anderen gesehen? Idril, sie lebt noch Wir wollten zu den Kampfgruben, wurden aber gefasst Sie ist entkommen Wie ich Idril kenne, ist sie dort hin unterwegs Sie lebt? Sie ist am Leben Ich kann es kaum glauben Wir werden sie finden I know what you fear, Tani The Ring can enslave the minds of men We must hold to our purpose No matter what the cost I will not let them be slaughtered Like my brothers at the Blackgate We need to build our army This is just the beginning Sauron will not stop You old little ass We do not serve the Dark Lord We will take this land for our own You fight for Mordor You fight for the Bright Lord What new devilry is this? I come for you Tau da, Gondor Try not to kill him too quickly New ring Our ring Is not marred with his shadow It is perfect My strike down men corrupted by these rings Do not become one of them When the time comes I will do what is needed Submit to your destiny Run to your master And give him this message I come for him How do you think it's just like Yeah I know You will或 are方 I swear You